Wer sich beim DAX erhofft hat, dass die Welt wieder in Ordnung ist, der ist aktuell ganz schön geerdet wieder. Denn, ja, es sah so schön aus, aber irgendwie hat man den Eindruck, als ob es aktuell doch nicht so sein sollte. Heute Morgen habe ich noch gedacht, Mensch, vielleicht wird das sogar noch was. Zumindest der Index, der DAX Future sah gar nicht so doll aus, für diejenigen, die den betrachtet haben. Aber irgendwie hatte man den Eindruck, naja, hier vorne irgendwie Pause, dann hier vielleicht eine kleine, dann nochmal das. Irgendwie sowas der Art würde man sich hier wahrscheinlich noch zurechtbiegen können. Dann hätte man gesagt, hier ein schöner Dreiweller und Rüdiger würde doch dann immer sagen, an der Stelle irgendwie rein. Jawohl, nur hat der Markt halt gesagt, tolle Idee, nur wir gehen halt in die andere Richtung. Das ist der Vorteil eines Triggers, wie wir es sagen, eines sozusagen eines Auslösers. Eine Marke, die er erst durchstoßen muss, dass man hier gar nicht in die Versuchung kam, hier erst auf der Longseite reinzukommen. Ein bisschen deutete sich das schon an, nachdem wir hier ja auch wieder dreiwellig nach oben sind. Also so richtig Spaß auf der Aufwärtsseite hat sich da nicht abgezeichnet. Und inzwischen ist der Index, der DAX, so tief wieder runtergefallen. Wir können mal gucken, ob wir das tief hier treffen. Tief bis zur oberen Marke. Und dann seht ihr, dass die von mir immer so als wichtig proklamierte Marke von 78,6 Prozent durchgestoßen ist. Das ist keine fixe Marke, die ist jetzt exakt entscheidend, ob da was passiert. Aber für uns ist das zumindest mal so eine Marke, an der ich dann entscheide, mit dem Bullischen wird das nichts mehr. Wobei ich aber sagen muss, diese Entscheidung fällt leicht, weil diese Abwärtsbewegung jetzt auch nicht wirklich danach aussieht, als ob die Bullen im Moment da noch was zu sagen haben wollen. Also die ganze Begeisterung, entschuldigt, da seht ihr, da kommt schon der Frosch raus, der findet es auch nicht so witzig. Die ganze Begeisterung, die wir in der letzten Woche hatten, nachdem der Kurs ja immerhin in dieser letzten Unterstützungszone da gedreht hat, dann gesagt hat, komm, jetzt lass uns mal nach oben gehen. Und das hat er sogar zügig gemacht. Sehr schnelle Aufwärtsbewegung. Alle waren begeistert, alle haben gesagt, Mensch, da wird das was draus. Wichtig ist, die zweite Seite abzuwarten, sprich, ob die zweite Seite wirklich korrektiv ist, ist sie nicht. Ja, wenn die aber nicht korrektiv ist, sollte man sich ernsthaft überlegen, ob das eine gute Trading-Situation ist. Also insofern das Bullische Bild erstmal ganz schön wieder eingedampft. Wir haben es letzte Woche schon angedeutet, dünnes Eis? Naja, es sieht sehr dünn aus aktuell und schmilzt in der spätsommerlichen Sonne hier vor sich hin. Also ihr seht, das ist nicht optimal für den Bullischen Markt. Das heißt aber noch nicht, dass jedwede Chance auf Bullisch verloren ist, denn es wäre ja denkbar, dass der Kurs einfach nochmal eintaucht, nochmal in dieser Zone, vielleicht von einem neuen, echten Tiefpunkt hier, also nochmal einmal tiefer geht als das letzte, was wir hier hatten. Das war beim Index hier ungefähr 15.137. Dass er dann hier nochmal von dort nochmal richtig startet und so dann losgeht und vor allen Dingen dann auch triggert, ja, die Chance besteht noch. Allerdings, erinnert euch, wir würden jedes Mal, wenn wir nochmal tiefer gehen hier, tauchen wir tiefer in den kritischen Bereich ein, der eigentlich das Türchen weiter für nach unten aufmacht. Ich habe irgendwie kein so tolles Gefühl, wenn ich auf den Markt gucke. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich weiß es nicht. Also die Marktteilnehmer vermitteln, fersen wir es kurz, kommt ja gar nicht auf mich an, vermitteln aber mit einer Bewegung dieser Art nicht wirklich Interesse für die Longseite. Man hat eher den Eindruck, komm mal, das ist doch hier wieder so halbwegs überlappungsfrei. Die Abwärtsseite stark. Wenn er jetzt sogar hoch wackelt, werde der eine oder andere sogar noch motiviert sein, Short einzugehen. Also wackelige Aufwärtsbewegungen sind Short-tauglich, zumindest vorläufig sieht es wohl danach aus. Gut, der DAX ist ja nicht allein auf der Welt. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Wir hatten beim Dow Jones ja ebenfalls hier von diesem Niveau, ich gehe noch mal einmal hier ins Große, da war so eine Unterstützung, viele erinnern sich. Und anschließend ist der Kurs von diesem Tief aus, ich gehe noch mal ein bisschen in der Zeit zurück und jetzt gehen wir vorwärts wieder. Das sah doch gut aus, ja, das ist doch super, also bis dahin zumindest mal. Ja, und dann kam dieses Erwachen und da hat man irgendwie den Eindruck, ja, das war es nicht. Die Marktteilnehmer wollten es nicht. Sie hätten bis zu dem Zeitpunkt, hätte ich jetzt noch gesagt, wenn Sie korrektiv, also viel dezenter nach unten gekommen wären, hätte ich gesagt, komm, wollen wir es nicht versuchen, wir haben so eine ziemlich gute A, B, C Korrektur, sollen wir nicht mal sowas versuchen. Aber die Marktteilnehmer haben gesagt, ja, wir können es ja machen, aber wir machen nicht mit. Im 5-Minuten-Chart sah das dann so aus, nach dem ersten Anstieg nach oben, also der erste sah ja super aus, ihr erinnert euch, vielleicht noch mal kurz Augentraining, Schub hoch, wackelig runter und die Fortsetzung nach oben. Aber die Fortsetzung nach oben war da, aber die sah ja grottenhässlich aus. Ja, und wie haben sie es gedankt? Mit einer starken Abwärtsbewegung. Also, das ist noch nichts. Irgendwie, der Versuch ist gescheitert. Das muss ja noch nicht Drama sein. Wir können ihm das ja noch mal als Versuch erst mal durchgehen lassen. Das Stichwort wäre dazu, erste irgendwie, zweite, dritte, vierte und dann soll er halt noch die fünfte hinten dran schieben. Und wenn er es jetzt dann noch mal richtig versucht, von mir aus. Aber der Versuch ist ganz klar abgewendet worden. Das ist kein gutes Zeichen. Diesen 5-Werder, den ich hier hinten mal so angedeutet habe, der ist an sich ja ganz okay. Jetzt ist nur die Gefahr, wackelt das nur hoch, ob es da nicht sogar noch mal eine ganz klare Anheit nach unten eben gibt. Das wird jetzt das Entscheidende sein. Kommt die nächste Bewegung, ähnlich blöd aus dem Quark wie diese, nur eine Nummer größer, weil diese Größe passt ja zu dieser. Wir brauchen jetzt entweder diese Größe oder irgendwas dazwischen. Ich vermute mal, weil die gleiche Größe würde sehr überschneidend sein. Naja, was soll ich sagen? Ich vermute mal eher so eine mittlere Korrekturgröße. Wenn die Korrektur käme, dann wären das hier für mich auf jeden Fall noch mal Zwischenshorts, die man machen kann. Nur wenn der Kurs wirklich so was noch mal macht und dann aber korrektiv runter geht oder dreiwellig runter geht. Also korrektiv ist ja, dreiwellig ist ja korrektiv. So wie hier zum Beispiel. Da ist, da ist, da ist. Da ist klar dreiwellig. Und dementsprechend die Fortsetzung noch mal da nach oben. Ja, und wenn sowas ähnliches nur umgekehrt hier passiert. Naja, also ihr seht, ich bin noch nicht so richtig begeistert und ich sehe die große Gefahr, dass immer noch nach wie vor, da hat sich nichts dran geändert. Selbst wenn der Kurs hier noch mal nach oben gegangen ist. Ich hatte das, ich glaube, Freitagsvideo. Nee, nicht diesen Freitag. Irgendwann die Tage hatte ich das mal gebracht. Da hatte ich ja erwähnt, selbst wenn er noch mal hier hoch geht, ist das so überschneidend, dass ich dann die Sorge habe, dass er sogar anschließend richtig noch mal runter geht. Also dieses Bild ist nach wie vor da. Im Moment geht er aber ja noch nicht mal hoch. Also im Moment würde ich zumindest noch mal die angedeuteten so 32.000. Nee, die ist eigentlich zu kurz. Den brauchen wir eigentlich hier. Diese Marke. Warum die? Ja, dann hätten wir vorne Korrektiv, hinten Korrektiv und hier hinten noch mal irgendwie was schubmäßig hier ungefähr auf dieses Niveau, also auf das Tief dieser A, B, C Korrektur. Das wäre ein sehr typisches Bild und das ist eben noch deutlich abwärts. Also ich irgendwie, ich kann den Bullen mal, ich sehe es noch nicht. Also ich verstehe, dass viele argumentieren. Ja, aber die Notenbanken und ist doch alles super. Ich hatte am Wochenende mit Dr. Jörg Rahn das Video, ihr habt es vielleicht gesehen, da kann man der gleichen Meinung sein oder nicht. Das spielt gar keine Rolle erstmal, aber einige haben dann auch geschrieben, ja, aber wer weiß, vielleicht macht die Notenbank noch lange nichts. Das kann durchaus sein, dass die Notenbank in Japan gar kein Interesse hat, was zu tun. Aber ihr dürft nicht vergessen, falls die FED anfängt, die Zinsen zu senken, selbst wenn die FED, äh, Entschuldigung, die japanische Notenbank die Zinsen lässt, besteht eine ernsthafte Chance, dass das Ganze ein Problem wird aufgrund der Yen-Situation. Selbst wenn die japanische Notenbank das Ganze lässt, würde sich der Zinsspread verändern, das würde Einfluss geben auf US-Dollar-Yen und da besteht dann die Gefahr, dass da Unheil droht. Es ist nur die Gefahr, es ist ja nicht sicher, dass das passiert, aber ich möchte einfach, und das haben wir in dem Video zum Ausdruck gebracht, dass ihr der Gefahr an euch sicher seid. Und dann könnt ihr immer noch sagen, mache ich was dafür, dagegen, oder ich halte zumindest ein Auge drauf, damit ich nicht überrascht werde und nachher der Letzte bin, der es erfährt, hätte ich ja mal was sagen können. Ja, haben wir ja gemacht. Schaut euch also das Video sehr, sehr gerne dazu an. So, also insofern, ähm, das sieht noch nicht gut aus. Bei aller Liebe, die ich auch für die Bullen empfinde, ist gar keine Frage, aber irgendwie haben sie es hier schon versaut. Da hat man den Eindruck, dass sie so richtig den Bock nicht mehr haben mit der Überschneidung hier. Da war schon klar, dass es böse wird und all das, was wir jetzt hier im Moment sehen, deutet nicht darauf hin, dass die Markteinnehmer Lust haben. Ihr könnt ja sagen, dass es toll ist, aber wenn die anderen halt keine Lust haben, dann seid ihr die einzigen, die den Kurs nach oben prügeln müssen. Da sage ich noch, viel Spaß mit unserer Kontogröße und die ist jenseits einer privaten Kontogröße, ist das nicht möglich. Also da muss man schon sehr, sehr groß sein und selbst die ganz Großen kriegen das ziemlich sicher alleine nicht hin. Na gut, also wollen wir mal angucken, was der E-Mini S&P 500 macht, also der Große, der Marktbreite Markt. Und da bin ich ja im Übergeordneten noch gar nicht so negativ, denn eigentlich dieses Bild, auch mit dem Anstieg, finde ich gut. Das ist ein bisschen verwirrend, weil den finde ich gut, den DAO doof. Ja, finde ich auch doof, finde es immer schön, wenn die alle einheitlich sind, aber der ist charttechnisch noch nicht in Gefahr. Der DAO schon. Ja, das beißt sich. Ja, sehe ich auch. Sehe ich genauso. Aber ich kann nichts dran ändern. Es ist halt so. Das heißt, alles, was hier ist, ist noch nicht jetzt wirklich Drama, auch wenn er noch mal tiefer geht, gehen sollte als die Marke. Nur passt auf, das Dezember hoch und das Februar hoch war es hier, diese beiden Marken. Also theoretisch die untere ist dann die späteste Killermarke. Das ist so um die 4200, merkt das euch mal. Das ist nicht so gut. Wenn er die überschneidet, ist das kein gutes Zeichen. Dann müsst ihr damit rechnen, dass das mit der Überschneidung, das ist, nein. Dann haben wir dann hier das ähnliche Bild wie beim DAO mit der Überschneidung. Dann haben wir noch einen Kollegen mehr, der auf der Abwärtsseite eigentlich überragend ist. Ja, und im Kurzen, ja, schaut euch die Bewegung an, im 4-Stunden-Chart. Das ist eigentlich schon überschneidend. Wenn er jetzt sehr wackelig gewesen wäre, hätte man vielleicht noch gesagt, es könnte ein Leading sein, sind wir mal guter Hoffnung. Ja, aber doch nicht so. Das ist doch schon sehr doof hier. Ich sage mal, Resthoffnung besteht noch, wenn er das hoch hier rausholt, was wir hier zwischendrin haben. Das war vom 2. Oktober, also von heute quasi in den Morgenstunden. Das war dieses hier oben, was wir da hatten, ungefähr 4.355. Dann könnte man noch sagen, ja gut, das ist zwar überschneidend hoch, es ist aber nicht tief genug unter die 78er-Marke gefallen. Also es ist nicht unter die 78er. Wenn er jetzt hier eine A, B, C macht und dann hier das Ganze nochmal triggert, das wäre wieder ein Long-Signal mit Chancen auf aufwärts. Ich muss aber gestehen, für mich kein Entry, sonst hätte ich euch da schon überlegt, mal vorzuschlagen. Warum nicht? Weil das Chance-Risiko-Verhältnis für diesen doofen Klotz hier so hässlich ist. Das ist nicht so schön. Ich muss ja damit rechnen, dass er hier keinen Bock mehr hat. Das heißt, so viel ist meine Gewinnerwartung, so viel ist meine Risikoerwartung. Oder vielleicht auch nur, egal, selbst wenn ich nur bis zum Trendkanal, was jetzt nicht mein Typisches ist. Aber das ist nicht so dolle. Also wenn Long, dann müsste er mir hier irgendwie Schub hoch, wackelig runter. Geht aber wackelig hoch. Allerdings auch wackelig runter. Das ist mal ihm zugute zu halten, dass er in beiden Richtungen blöd ist. Ja, aber das ist alles nicht irgendwie eine Motivation für Long. Im Moment ist das, was am stärksten noch auffällt, die Abwärtsseite. Alles, was wir jetzt in die Gegenseite haben, sieht sehr harmlos aus, um sehr höflich zu sagen. Also nicht sehr überzeugend für die Kaufseite. Ich finde es im Moment nicht attraktiv. Ich weiß nicht. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Aber attraktiv sieht anders aus in meinen Augen. Lasst euch nicht zu sehr einlullen von irgendeiner Idee. Guckt einfach, was die Marktteilnehmer machen. Und was sie da tun, entscheidet ihr, ob ihr das toll findet auf der Kaufseite. Was soll ich sagen? Witzigerweise ist der Einzige, der noch einigermaßen mitmacht, der Nasdaq. Hier vier Stunden statt. Das ist noch die Zeichnung von Freitag. Also die ist unverändert. Da hat sich nichts geändert. Wir haben gesagt, hier 1, 2, 3, 4, 5. Zwar auch latent überschneidend. Und haben gesagt, wenn ihr da wackelig reingeht und dann triggert. Das fehlt noch. Das ist im Prinzip so ähnlich wie das, was wir beim S&P eben gezeichnet haben. Nur, dass dieses hier ein bisschen sauberer ist. Also, wenn ich mich jetzt auf einen für die Longseite konzentrieren müsste, wäre es wohl eher der Nasdaq. Insbesondere, weil wir haben hier sogar im Kleinen nochmal für die Freunde des ganz kurzen Trades. Vielleicht ist es zu spät, bis ihr das Video seht. Aber 1, hier war eine Pause. 2, 3, stärkste Bewegung. 4, 5. Okay, überlappungsfrei. Also das sieht schon fünfwellig aus. Nochmal, 1, 2, 3, 4, 5. Überschneidungsfrei. Also die beiden Gegenbewegungen haben sich nicht überschnitten. Er hat nur zwei. Gab es nicht viel Verwechslungsgefahr. Und dann müsste es als nächstes wackelig runtergehen. Machen wir mal ein Geschmiere weg. Ja, das ist wohl wackelig. Im Sinne, im schlimmsten Fall von A, B, C. Also eher korrektiv. Es muss aber tief genug und nicht zu tief sein. Messen wir vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt. Sollte in die blaue Kiste gehen. Die blaue Kiste ist in etwa 38, 50, 61. Ja, da ist er drin. Da ist es tief. Also wer jetzt irgendeinen Long noch sucht, wenn der Nasdaq an der Stelle, zumindest der Anstieg war ganz okay, der Rücksetzer war bisher ganz okay und wenn einer von denen, hat eigentlich nur der Nasdaq im Moment das Bild für die Long-Seite. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, aber der Nasdaq pusht alle anderen, ja, dann handelt doch gleich der Nasdaq. Dann nimmt doch nicht irgendeinen, der gepusht werden muss. Dann nimmt doch lieber den Pusher und das wäre im Moment der. Das ist nicht zwingend, dass das passiert. Ist auch nicht zwingend, dass es weiterläuft, aber das ist ein relativ wahrscheinliches Bild. Also ich würde mal sagen, die Chance, dass das hier passiert, ist relativ gut. Also sprich, dass das vorne ist, da hinten nochmal passiert und wenn ihr euch jetzt wundert, warum gibt es das nicht als konkreten Trade, bis ich den reingetippt habe, ist das vorbei. Wahrscheinlich ist das Video auch schon rum, bis das passiert. Also bis ihr das lesen könnt, ist die Situation, lesen ist vor allem, hören könnt hier. Dann ist die Situation schon rum. Stop wäre entweder hier drunter oder die 78er, die lüge ich jetzt mal, die habe ich jetzt nicht eingezeichnet, aber von hier gemessen auf den Punkt, also auf den Einstiegspunkt, die 78er Marke. Und wenn er läuft, verdiene ich so viel, wenn er nicht läuft, verliere ich so viel. Das ist eine Situation, die man durchaus mal machen kann. Ist nicht sicher, dass er das erreicht. Aber wenn einer für die Lungseite im Kleinen, dann ist es wohl aktuell eher alle anderen, weder im Kleinen noch im Großen. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die alle so ein bisschen das ähnliche Lied singen. Es ist ja in Ordnung, dass der eine ein bisschen besser als der andere, aber in dem Fall muss ich sagen, die anderen sehen alle saudoof aus, nur der Nasdaq sieht gut aus. Da gehört ein bisschen Mut dazu, dann den Trade auch zu machen. Per se finde ich den aber in Ordnung, wie gesagt, den kann man machen, aber in der aktuellen Situation, irgendwie habe ich den Eindruck, muss man auch nicht machen. Na gut, ich hoffe, dass euch das so ein bisschen hilft bei der aktuellen Einschätzung. Also alles irgendwie noch nicht so doll. Wir dürfen nicht vergessen beim Nasdaq, eigentlich hätte ich ihn ja sowieso gerne noch hier unten gehabt bei 13.000, nein Quatsch, 14.300, hier irgendwo in dem Bereich. Das wäre eigentlich eh mein Ziel gewesen. Die Begründung habe ich schon genannt, nämlich wir haben hier vorne, das habe ich nur letztendlich, oh, das habe ich falsch nämlich erzählt, den muss ich noch einmal richtig stellen. Ich glaube, ich habe das im letzten Video nämlich falsch gesagt. Nicht das war wegen des Verfallstags, dieser Anstieg war wegen des Verfallstags. Also ihr müsst theoretisch von da, also Verfallstag ist nicht das Problem, aber Kontraktwechsel. Ihr müsst das, nee, das ist eigentlich falsch. Also hier war quasi von da nach da ungefähr war durch den Kontraktwechsel. Das heißt, wir müssten den eigentlich da unten ansetzen, da an der Stelle, was uns auch hier hinführt. Wem das jetzt so hoch ist, macht euch nichts draus. Der Grund ist relativ einfach. Diese Kerze, die so toll hier aussieht, die ist eigentlich nur wegen des Kontraktwechsels vom September- auf dem Dezember-Kontrakt entstanden. Ist also nicht eine Kursbewegung, sondern nur einfach, weil man den anderen Verfall nimmt. Wenn ich den rausnehme, also wenn ich diese Bewegung nehme von da oben und dann da anlege, wo die andere aufgehört hat, dann habe ich eigentlich hier mein A, B, C und hier bin ich zag, wackelig, zag, wackelig. Das wäre sogar noch ein cooler Fünffäller. Also, ihr seht, irgendwie habe ich den Eindruck, die 14.300 da unten hat noch eine realistische Chance. Wir werden es sehen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, hier ist vielleicht noch so ein Interim-Slong möglich, aber insgesamt die Märkte, egal welchen man sich eigentlich anguckt, machen noch nicht so richtig den Eindruck. Wenn, dann ist es der Nasdaq, aber die anderen sehen so viel doofer aus, dass ich nicht so richtig den Mut habe, außer so einem kleinen Engagement hier, da richtig in die Vollen zu gehen. Ich mag völlig falsch liegen. Ihr seht aber jetzt, wie wir das Ganze uns angeguckt haben. Schaut ihr euch das mit euren Augen an. Vielleicht habt ihr, wenn ihr drauf guckt, bis dahin schon andere Daten, mehr Daten oder vielleicht eine bessere Aussicht. Wie auch immer, euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.